Kannst du das glauben? Oh, in jedem Gruselfilm, in Gruselfilm, spielen, was auch immer, es muss der Teddybär sein. Ein flimmerndes Licht. Das ist das Horror-1x1, oh mein Gott. Na, sag mal, Stofftier, es muss kein Teddybär sein. Are you ready? Ich bin es. Kommt er auf mich zu? Fällt er um? Nicht geht aus? Ja, hallo. Was machst du denn hier? Du willst wieder Layers of 4 schauen? Mit mir in der Hauptrolle, dem Shizzer. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde gerade resistenter. Resistenzer? Resistenzer? Egal. Schön, dass du wieder hier bist. Ich versuche, das Tempo ein bisschen zuzulegen, ohne dabei irgendwas zu skippen. Ja, und mal gucken. Also es ist nichts gestellt, wenn ich mich erschrecke. erschrecke ich mich wirklich. Wenn ich mich nicht erschrecke, erschrecke ich mich wirklich nicht. Es ist nichts gekünstelt. Ich habe eine Idee, was das eben war. Sehr komischer Effekt. Knisch, knarsch. Oh. Oh. Angst haben, hochzuschauen? Äh. Äh. Die Ratten sind untergefallen. Na, 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 na. Nee, 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 nee. Nee, nee. Hallo Klavier. So we meet again. Lass das Wasser laufen auf allen Etagen für Top Secret. Und nicht nur was? Wie, du hast auf der zweiten Etage nicht den Wasserhahn aktiviert? Ja, jetzt kannst du das Spiel nicht beenden. Und nicht nur was? Ja, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wir lassen das Wasser mal laufen. Ah, so verschwenderisch. No idea. Es ist lustig. Lass die Musik. Und ich habe einen Trip. Ich bin der Astronaut. Astronaut Angsthase. Zu ihren Diensten. Houston, wir haben ein Problem. Ich befinde mich in der Keller. Und ich hasse den Keller. Abgefahren. Allein die Idee, das zu machen. Okay. 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 Jetzt kann ich irgendwo hin, wo ich vorher nicht hin konnte. Wahrscheinlich. Weil hier alles schwebt. Oder ich muss ja einfach ausharren, bis das Spiel vorbei ist. Okay. Okay. Alles ist weg. Und es ist dunkel. Und ich bin allein, allein. Ich bin nicht allein. Mä? Mä? Da kann ich ja selda. Ich bin nicht allein. Selda? Yeah. Yeah. Ich bin nicht allein. Katzenunterstützung am Start. Alle selda. Mä? Mä? Was sagst du? Subscribe für mehr Content? Du bist aber eine fette Unterstützung. Danke dir, Selda. Mä? 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 Okay. Also, ihr habt es gehört. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von mir, von die Kätzchen, von dem Game und noch andere. Das ist der Anfang. Subscribe now! So, wir gehen weiter. Wir gucken. Zelda auf dem Schoß. Flimmern. Ich musste das Fleisch von dem Schoß entfernen. Das erste Mal habe ich verloren. Wie war das? Aber dann habe ich es mit einem Handschuh verbringelt. Es verbringelt. Dann habe ich das Schoß in ein Mord. Ich musste einen bekommen. Obwohl das nicht etwas, was ich vorher gemacht habe. Und dann habe ich das Schoß mit ein wenig weißer Schoß verbringelt. Das hat es für einen schönen Schoß. Alter, was? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? WTF? 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 Ich habe wie vielseits sozusagen von den Schoßes. warum habe ich das nicht angemacht man konnte den keller beleuchten was man kurz dahin gehen ist das nur das treppenhaus oder auch hier unten anyway we did it a gruselig way okay so next part let's go teil abgeben wir haben hier die wotten bilder die wir sammeln wir haben hier irgendwie so ein fotoalbum wo wir uns bilder was ist wenn du fast verkackst ok es verändert sich was passiert was ist ein bild das ist irgendein bild seine person ich habe no idea what it now so das ist das was er gesagt habe ich musste das fleisch wie möglich und dass ich noch mal anhören hautfleisch blut ich will nicht wissen von was a word park das ist wirklich wirklich abgefucktes scheiß okay was ist wenn du verkackst ja wenn du scheiter ist nicht mal verkacken hallo warum zuckst du so ignoriere sie steht da ok alter noch ein kätzchen zwei kätzchen in einem stream oh mein gott ist farbe abgefahren jetzt gebrochen kinderzimmer nicht schon wieder dieser steht da im delirium egoistisch warum haben wir einen herzschlag jetzt besoffen alle tönen gehen zu zugeschlossen die tür ist weg die tür ist auch weg what what is verbrannt what the fuck dude ist es nur ein kind es ist nur ein kind holy shit what the fuck ihr seht ihr die konturen wie das pferd sein sollen was das pferd eigentlich ist alter alter tragische shit story what the fuck is going on can you believe that in jedem gruselfilm in gruselspielen was auch immer es muss der teddybär sein ein flimmerndes licht das ist das horror einmal eins oh mein gott na sagen wir mal stoff tier es muss kein teddybär sein are you ready ich bin es kommt er auf mich zu fällt da oben nicht geht aus ist das krähen ist was hinter mir wir drehen uns um nope nope it's getting real it's getting real let's go teddybär just teddybär hey what is that wait what day is it it's sunday you mean i well why didn't you come and get me god damn it you know how i get when i'm caught up in my work alter wenn du den geburtstag verkackst verpasst vergess no excuse no excuse dude es gibt genug erinnerungsmethoden ausreden ausreden sage ich das leute okay das mit den fallen ist weird alles hier in der mitte okay wir haben die verschlossene tür eine warte die da wieder läuft oh mein gott dave sinner over nine thousand hallo oh ein bild marriage guide kids in marriage expect the unexpected kindernäher eheberater erwartet das unerwartete die alltagsmagie der elternschaft das neue buch von molly pierce ist ein muss für eltern die ihre erstes kind erwarten und ein fröhliches gesundes umfeld für ihr baby schaffen wollen bestellen sie jetzt erhalten sie einen gratis satz motivierende aufzeichnung stark genug volume 1 und 2 hallo seh da hm volume 1 und 2 subscribe now tttt lichter wow what warum ist da jetzt ne tür wow wow what the fuck what the fuck random shit is happening wir gucken wir mal die verschlossene tür können wir da mittlerweile ein nein no still a no i say no 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 oh queech squeeze 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 oh das kinderzimmer fuck yeah fuck yeah fuck no no so so guck mal nochmal zurück können für ein easter egg reicht die tür aus der weg gekommen sind 1 no quell liebe kristallin what the fuck da hat loved news dari massen spiel voter frage irgendwas passiert mit dem licht time to erschreck dich ich habe doch gesagt das wäre ein gutes stilistisches mittel um leute zu erschrecken und es funktioniert das ist geil guckt euch hier diese sachen die eben noch 3d waren sind jetzt an die wand gemacht sehr geiler effekt oh mein gott ein feier das aber es ist so wenn der raum das wäre cool wenn der schlüssel dann 2d da auf dem tisch liegt oder so und ich müsste das aufnehmen das wäre ein geiles rätsel oder sagen wir mal secret kinder schuhe ich muss jetzt wieder zurück also diesen effekt finde ich cool sehr nice sehr nice back back okay wir sehen hier noch ein tatiebev vor dem spiegel und ja das soll es für heute gewesen sein schön wir machen den raum noch angetäuscht angetäuscht ich musste fast alle puppen aus ihrem zimmer holen es ist langsam lächerlich geworden du kannst sie nicht einfach mit geschenken überhäufen bloß weil du dich gerade schuldig fühlst verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst sie braucht deinen vater nicht noch eine nutzlose ablenkung er ist der zweit gut gut weif gut weifen die ok das war eben abzusehen ich habe gedacht irgendein gruselgesicht aber kaputter spiegel geht auch weil da die ratten die aus den aus den einkommen wo sind die schweren alter abgefuckter scheiß licht an oh mein gottes brennen dat effekt cool auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr zu bedeuten hat und so weiter und so fort ok so viel konnte noch wir wollen nicht das wäre genug für den nächsten part also liebe geht raus wenn es euch gefallen hat liebt den like button heute nichts mecken lieb liebt den like backen und wir sehen uns beim nächsten bad euer brev dave layers of fear mal gucken ob es noch mal ein bisschen anschärft oder ich glaube da kommt auch was es kommt auch was wir sind so kurz davor bei bei bis zum nächsten part bis zum nächsten Mal